Russland Gut, wenn man die Verbündeten klein hält, ich glaube nicht, dass es zu gut ist, wenn Russland zu mächtig wird, denn die Russen gehören auch gerne mal zu den Brüdern, die einen dann hinterrücks verraten und doch noch angreifen. Aber gut, erstmal schauen wir, was wir sozusagen hier mit unseren tatsächlichen, realen Feinden noch vorhaben. Hier ist vor allem Frankreich zu nennen und natürlich auch Oldenburg, also die Franzosen halten wir ganz gut in Schach mit drei riesigen Armeen, sind wir da sehr gut bei der Sache. Und hier im Norden, was Oldenburg angeht, da ist noch alles etwas im Argen. Die Oldenburger haben praktisch anderthalb volle Armeen mit insgesamt 35 Einheiten. Das ist eine ganze Menge. Da muss man ein bisschen aufpassen und unsere hanoveranischen Alliierten, ob die uns beistehen können, das weiß ich gerade nicht. Ich bin deswegen jetzt in diesem Moment am überlegen, ob ich die Oldenburger angreifen soll, also jetzt angreifen soll, um sozusagen gleich von Anfang an klarzustellen, was Sache ist und dann sich ganz auf Frankreich konzentrieren zu können. Das Problem ist nur, wenn wir zu viele Truppen aus dieser Rhein-Main-Region abziehen könnten, die Franzosen mit Truppen aus Elsass-Lothring ankommen. Das wäre keine gute Sache für uns. Deswegen bin ich im Überlegen, ob ich doch noch die Bücher den Kollegen erstmal hierhin stelle vielleicht oder vielleicht auch den Louis-Ferdinand-Prinz von Preußen dann hier nach Frankfurt und mit dieser Hauptarmee, Gerd von Scharnhorst, dann direkt Oldenburg angreife und als Verstärkungsarmee noch ihn dazu hole oder umgekehrt. Auf jeden Fall muss eine Armee in Frankfurt bleiben und das soll nicht gerade diese Armee hier sein, weil die ist mir ehrlich gesagt zu stark. Also diese ist mir zu stark für Scharnhorst. Kurzum, ich ziehe erstmal Bücher hierhin und diese Runde machen wir sonst erstmal nichts mehr. Wir warten noch ein bisschen. So, ihr kriegt erstmal fette Verstärkung, das ist doch auch schön. Hohe Verstärkungsrate, ihr seht es an dem grünen Pfeil, grünen Pluszeichen, Entschuldigung. Und ja, ansonsten können wir wieder unser Rest dieses Geld noch sparen. Ich möchte bald mal eine dampfbetriebene Fabrik bauen, um auch hier die letzten Forschungsmöglichkeiten freizuschalten. Und ich möchte natürlich auch unsere dritte Universität bauen. Also die möchte ich gerne noch zuerst bauen, damit die alle schnell fertig sind und dann die dampfbetriebene Fabrik. Deswegen gehe ich mal in die nächste Runde und hoffe, dass alles gut wird. Die Franzosen scheinen stillzuhalten. Klar, wir haben ja auch immer noch eine riesige Truppenpräsenz da. Der Angriff auf Oldenburg wird aufgrund der guten Straßensysteme nur eine Runde dauern. Also wenn wir sie angreifen, sind wir auch direkt da und sollten es noch schaffen, sie zu besiegen. Und dann noch eine Runde, die Truppen wieder in ihre Ausgangsposition zurückzuholen. Also das ist schnell erledigt, aber wie gesagt, auch die Franzosen... Hoppala. Auch die Franzosen haben guten Straßensysteme. Attentatsversuch. Blücher wurde... Ach du Schreck. Fast ermordet. Von einem Spanier. Das ist natürlich eine Unverschämtheit. Können wir den vielleicht abmuchsen? Ne, die sind zu weit weg. Schade, schade. Ähm, gut. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als... Äh... Die Generäle zu tauschen. Dann kommst du mit. Adrian Biesta kommt mit. Ich stelle ihn schon mal hier hin. Und wir marschieren dann ein, würde ich sagen, mit... Äh... Ihm hier. Ganz genau. Der sollte es in einer Runde schaffen. Ähm... Ich stelle ihn erstmal... Warte mal. Das für könnte wieder nichts werden. Oder ich muss tatsächlich doch jeden E nehmen. Ja, das ist auch kein Problem. Nämlich halt ihn. Ja. Ja, ist alles schön und gut. Ich rekrutiere die restliche Garde auch mal eben... Hoppala. Durch. Die sollten nicht damit reinkommen. Ja, genau. Und ein bisschen Guras... Ach nee, na... Ich wollte halt Geld sparen. Okay, dann lassen wir das erstmal so. Ähm... Und bauen... Ah... Nee. Es ist günstiger geworden. Pass mal auf. Dann ist es ja nicht unbedingt wichtig, das jetzt schon zu haben. Erstmal die Uni. So. Die geht vor. Neun, acht, sieben Runden. Das ist gut. Und, äh... Die Franzosen halten still. Sehr schön. Haben auch nicht viele Freunde. Sind allerdings jetzt auch alliiert mit dem Osmanischen Reich. Haben sogar Frieden mit Neapel geschlossen. Interessant. Mh-mh. Schmittanien. Auch noch gut im Rennen. Und wir sehr gut im Rennen. Ja. Okay. Ja, wie mache ich das jetzt? Ich würde sagen, ich lasse ihn einfach hier. Den Scharnhorst. Den Scharni. Und wir nehmen dann Louis Ferdinand, Prinz von Preußen. Um Oldenburg den Krieg zu erklären. Ich erkläre erstmal Oldenburg ganz normal den Krieg. So leid es mir tut. Die haben keine Verbündeten. Wir haben jede Menge. Ich erbitte auch von allen den Beistand. Wir bekommen ihn auch von allen. Oldenburg hat jetzt viele Probleme. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Elf Probleme, um genau zu sein. Und ist jetzt nur noch so mittelbeliebt. Ähm. Gut. Für mich heißt das, dass wir freie Bahn haben. Dadurch, dass die Oldenburger auch mit Hannover im Krieg sind. Äh. Könnten die... Ja, die sind zu weit weg. Sonst könnten die uns vielleicht sogar helfen. Ich würde erstmal sagen, nehmen wir diese Truppen nach vorne. Und die sollten dann direkt mit hinter marschieren. Genau. Wir wurden abgefangen. Das ist nicht verwunderlich. Äh. Die schwache Armee wurde leider abgefangen. Okay. Ähm. Das macht nichts. Wir werden jetzt es mit mehreren Feindarmeen zu tun haben. Die Oldenburgische Armee ist, glaube ich, die erste. Die fast ausschließlich aus schwachen Milizen besteht. Das ist ja mal geil. Bisschen Dieneninfanterie, Lanzenreiter und Fysiliere in der Empire Total War Aufmachung. Ein General. Und es kommt ein sehr starker General. Mit fünf Sternen als Verstärkung dazu. Mit viel Kavallerie und auch ordentlicher Infanterie. Aber auch hier wieder einige Milizen dabei. Wir haben unsere übliche Aufstellung. Ich speichere mal ganz kurz. Und gehe direkt in die Schlacht. Es geht um Friesland. Es geht um meine Heimatstadt Oldenburg. Jetzt wollen wir so mal gucken, dass wir das nicht versauen. Sondern, dass wir die Oldenburger ganz klar besiegen. Um die dann gleich wieder, äh, ja, als alter Wein in neuen Schläuchen neu auszurufen. Dann aber als unser Protektorat. Und dann wird auch natürlich Oldenburg nicht mehr angegriffen. Das ist klar. Abfangen bedeutet, dass wir jetzt trotzdem die Angreifer sind. Und die Franzosen die Verteidiger. Das ist etwas merkwürdig. Ist aber so. Aber muss halt. Okay, wie gesagt. Wir haben jetzt das Problem, dass wir erst später aufstellen. Die Oldenburger können sich nur hier aufstellen. Ähm. Ja. Wir sehen es halt nicht, weil die Oldenburger einen Drei-Sterne-General haben. Und wir einen gar keinen Sterne-General. Deswegen wird es jetzt ein bisschen schwierig, das vorauszusehen. Aber die KI hat ja meistens keine interessanten Aufstellungen. Äh. Sodass ich mich jetzt mal einfach auf den üblichen Kram beschränke. Bei der Aufstellung unserer Truppe. Wir nehmen mal schön den Dreier rein. Wie gesagt, Leichtinfanterie. Da können alle rein schießen. Mindestens aber dreier. Aber ich glaube, es sind meistens alle rein. Sonst da kaum Probleme entstehen sollten. Dann die Grenaliere. Die kommen hier in die Mitte, würde ich sagen. Hinter die Artillerie. Zum Schutz. Und dann haben wir noch gute, erfahrene Husareneinheiten. Die kommen auf die Flanke. Und damit ist auch gut. Und los geht's. Die kommen von hinten, die Verstärkungseinheiten. Das ist ganz klar. Ja, wir stellen die Artillerie mal hier auf. Upsi, das ist die falsche Richtung. Verzeihung. Müssen wir erstmal orientieren. So, die fünfe Einheit löse ich gleich wieder auf. Eine Einheit schicke ich hier rein. Die andere da rein. Und eine, ja gut, kann auch hier oder so sich hinstellen. Ach, wir haben es auch einen General. Wie nett. Das ist auch das Beste, was wir brauchen. Das war ja die Blücher-Armee, wo Blücher gekillt wurde. Dann ist gut, dass jetzt Louis Ferdinand Prinz von Preußen anwesend ist. Der kann uns sicherlich helfen. So, mal gucken. Da ist schon der Oldenburgische General. Wir sind natürlich ein bisschen lahm. Nee, die sollen rennen. Ich frage jetzt, Edelziel oder Nahziel? Edelziel. Edelziel ist gleich weggegriffen. Dann nehmen wir auf jeden Fall das Nahziel. Mit Katzen bitte drauf. Und Feuer frei. Landwehreinheiten. Es war Wald, auch aber trotzdem rein. Und die hier jetzt besonders, hoffe ich. Ja, geht so. Da landet viel in den Bäumen, aber die anderen wanken dafür schon. Ey, nicht so weit weg. Das reicht. So, die Oldenburger. Ihr seht schon, Rot. Jetzt schon bitte draufschießen, damit die Artillerie nicht in Gefahr gerät. Jawohl. Jetzt kriegen sie Karditschen und Schuss. Gedöns. Ey, herzlichen Glückwunsch zur Beförderung. Hier ist noch was anderes. Oh fuck, Kavalerie hat uns abgefangen. Dann opfer ich jetzt meine eine Infanterieeinheit. Und, äh, ja, ihr werdet jetzt geopfert, damit die und eventuell die auch zuschlagen können. Ich wollte noch was sagen zur Oldenburger Fahne. Dieses blaue mit rotem Kreuz. Die ist auf jeden Fall historisch korrekt. Fragt mich aber bitte nicht, warum sie so ist. Ich, äh, weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das Ganze symbolisieren soll. Ich glaube, das ist eine recht zufällige Fahne. Äh, Oldenburg war jetzt auch nicht gerade ein Großreich. Es war zwar eigenständig, aber wie gesagt, nicht riesengroß. Deswegen. Da ist Fusiliereinheiten angesagt. Äh, das muss ja nicht sein. Die, auf mal, die fühlt sich langsam hier. So, die gehen da rein. Ihr geht hier hin und wir gucken mal, was auch so abgeht. Die hier können auch ein bisschen nach vorne gehen. Die Artillerie schießt weiter mit Kartetschen auf Landwehreinheiten. Und hier ist die Hauptfront, das sehe ich schon. Hier wird geballert bis zu mir nicht mehr. Ja, sehr gut, ein Gebäude haben wir auch noch erobert. Hier ist die Landwehr, wie gesagt, die jetzt massiv zurückgeschlagen wird. Die Schlacht wird ja lange dauern. Wir kommen in eine ganze Verstärkungseinheit. Und die auch. Also eine ganze Verstärkungseinheit. Und die Feinde auch. Fusiliere. Gut zusammengeschossen worden inzwischen von unseren ganzen Truppen. Die sind exzellent aufgestellt. Und mit dem Haus hier bin ich auch sehr zufrieden. Also hier, muss ich mich mal selbst loben, in der Stadt sind wir exzellent aufgestellt. Aber das muss ein bisschen besser noch gehen hier. So zum Beispiel, oder? So. Die gehen bitte mal ins Haus. Ne, die sind zu schwach. Doch, die sind genau richtig. Weil im Haus kannst du sowieso meistens nicht alle schießen. So, wir umzingeln die Feinde. Jetzt lauft doch endlich mal, du Idiot. Nicht gehen, laufen. Wir sind hier nicht auf einer Wandertour. So, Landwehr. Jetzt aber weg mit dem Schieter. Tut mir leid, lieber Oldenburger, aber bald seid ihr unsere Verbündeten. Also ihr nicht. Ihr werdet jetzt sterben, leider. Aber eure Nachfolger. So. Ein bisschen Zynismus, das muss sein. So. Hier wird geballert, was das säugelt. Die Artillerie macht nicht viel Schaden im Wald. Das weiß ich. Aber ihr seht ja hier die ganzen Leichen, die werden von der Leicheninfanterie erzeugt. Was wichtig ist, dass die Artillerie schießt. Upsi, hier ist ein Nahkampf. Das ist nicht gut für uns. Wir haben eine Kavallerie hier. Ja. Was trotzdem gut ist an der Artillerie, sie sorgt eben dafür... Oh, der General. Den müssen wir eben angreifen. So, dritter Versuch, den Satz zu vollenden. Wichtig an der Artillerie ist, dass sie ja trotzdem den Moralschock verursacht. Deswegen setze ich sie auch ein. Auch wenn sie nur ein, zwei Mann tötet oder gar niemanden, bleibt trotzdem dieser Schockzustand. Hilfe, wir werden von Artillerie angegriffen. Also, das ist ganz gut so. Ich glaube, ich verzichte erstmal auf den General. Wir gehen erstmal hier rein und zingeln die, damit die unsere leichten Infanteristen nicht komplett zerstören können. So, bitte erstmal auf die Oldenburger Ruf. Das sind drei Landwehr-Einheiten. Mit einem Schockangriff können wir die sonst wünschen. Und rein geht's. Ja. Totaler Moralkollaps. Genauso hatte ich es mir gewünscht. Die Oldenburger Miezen werden komplett vernichtet. Da bleibt nichts von übrig. Sehr schön. So, die Oldenburger müssen langsam mal die ersten Verstärkungseinheiten bekommen. Ich bin schon mal die erste Verstärkung. Also, diese Verstärkung. O, ich bin schon mal die erste Verstärkung.